Hallo und herzlich willkommen bei Podsportstech. Es freut mich vielmehr, dass ihr eingeschaltet habt. Vor ein paar Wochen habe ich euch meinen Test zur Insta360 S Pro präsentiert. Heute komme ich wieder mit einer Kamera zu euch und zwar mit der 8K 360 Grad Kamera Insta360 X4. Diese bietet mit zwei Kameras einen echten Rundumblick und hilft einem dabei kreative Aufnahmen zu erstellen. In diesem Video präsentiere ich euch die technischen Daten, die wichtigsten Funktionen und ein paar kreative Ideen, wie ihr die Kamera einsetzen könnt. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Kamera ist 46 mm breit, hat eine Länge von 123,6 mm und ist 37,6 mm dick. Dabei bringt sie ein Gewicht von 203 Gramm auf die Waage. Sie ist aber sehr kompakt, liegt gut in der Hand und passt auch in jede Hosentasche. Auf der Vorderseite findet man ein 2,5 Zoll großes Touchscreen, das sehr hell ist und von einem Corning Gorilla Glass geschützt wird. Die Kameras, auf jeder Seite gibt es eine, haben einen 1,2 Zoll großen Sensor mit einer Blende von f1,9. Auf der Seite findet man dann übrigens zum Aufladen den Anschluss für das USB-C Kabel, beziehungsweise hier, wenn man diese beiden Verriegelungen löst, kann man den Akku rausnehmen. Auf der Seite finden wir die Taste zum Ein- und Ausschalten, sowie eine weitere Taste, um schnell durch vorkonfigurierte Modi zu schalten. Auf der Vorderseite gibt es dann noch die Aufnahmetaste, sowie eine weitere, um die verschiedenen Aufnahmemodi zu wechseln. Bei Videoaufnahmen sind folgende Einstellungsmöglichkeiten vorhanden. Wer möchte, kann jetzt an dieser Stelle gerne das Video posieren und sich alle Details durchlesen. Wichtig ist zu erwähnen, dass bis zu einer Auflösung von 8K 30fps möglich sind und für Zeitlupenaufnahmen 4K mit 100fps. Fotos lassen sich natürlich ebenfalls mit der Kamera schießen, eine Auflösung von 72 Megapixel ist hier möglich. Die Akku hat eine Größe von 2290 mAh voll aufgeladen, soll somit eine Laufzeit von 135 Minuten bieten. Ich hatte die Kamera die letzten Wochen wirklich viel im Einsatz und hatte kein einziges Mal das Gefühl, dass der Akku leer wird. Ich habe zwar die 135 Minuten nicht dezidiert getestet, kann euch aber bestätigen, dass der Akku wirklich sehr lange hält. Bis zu 80% lässt er sich übrigens in nur 35 Minuten aufladen, will ich die vollen 100% dauert es dann 55 Minuten. Damit der Ton noch gut und verständlich klingt, hat die Kamera vier Mikrofone verbaut. Und wie das Ganze klingt, das zeige ich euch hier. So hört sich das Ganze an, wenn ich in das Mikrofon der Kamera spreche. Ich denke, das ist von der Qualität her ungefähr so wie bei einem Handy. Also kann man absolut verwenden. So eine ganz kurze Unterbrechung. Falls dir bis jetzt mein Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn du mir ein Like da lassen würdest, beziehungsweise wenn du es noch nicht getan hast, dann kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren. Auf der einen Seite zeigst du mir deine Wertschätzung und auf der anderen Seite verpasst du auch dann keine zukünftigen Videos mehr. Ich sage herzlichen Dank dafür und schon geht es wieder weiter mit dem Video. Bedienen lässt sich die Kamera übrigens unkompliziert und schnell. Ruckeln oder ähnliches gibt es hier nicht. Sie startet auch rasch und ist sofort einsatzbereit. Und dank der Funktion Quickstart startet sie aus dem ausgeschalteten Zustand innerhalb von weniger Sekunden, nachdem man die Aufnahmetaste drückt. Wie man sieht, sie ist schon bereit. Sie nimmt auch schon auf. Wenn man dann wieder auf Aufnahme klickt, dann schaltet sie sich innerhalb von fünf Sekunden wieder aus, wenn man nicht das Ganze unterbricht. Mit der Kamera lassen sich wirklich tolle Aufnahmen erzielen. Anfangs ist man vielleicht ein bisschen überfordert, nach und nach findet man aber dann heraus, wofür man die X4 einsetzen kann. Mit einem Selfie-Stick hinter dem Fahrrad angebracht, zeigt sich das Geschehnis aus der dritten Perspektive. Vorne montiert ist sich ideal für die Ego-Ansicht. Eine Pfütze entdeckt, einfach die Kamera daneben aufstellen, durchfahren und in der Nachbearbeitung die Drehung und die Zeitlupe einbauen. Alles kein Problem mit der Kamera. Mit der Ich-Ansicht im Single-Ans-Modus schneidet man weder sich selbst oder seinen Laufpartner im Video ab, im Gegenteil, der ganze Körper ist drauf, und hat man so wie ich den verlängerten Selfie-Stick zur Hand, lassen sich dann Aufnahmen machen, die wirklich wie verblüffend echte Drohnenschutz wirken. Die Kamera lädt auf jeden Fall dazu ein, kreativ zu sein, damit Spaß zu haben oder einfach mal herumzublödeln. Was eine 360-Grad-Kamera besonders macht, ist, dass man sich während des Aufnehmens keine Gedanken machen muss, wo man die Kamera hinrichten soll. Erst im Nachhinein, wenn ich mir das Video in der App von Insta360 anschaue, kann ich bestimmen und festlegen, worauf der Fokus gelegt wird. Möchte ich die Kamera auf mich und Sandra richten, wie wir hier hinaufwandern, oder möchte ich diese tolle Felsformation zeigen, den blauen Himmel und wie die Sonne runterstrahlt, was auch eine wunderschöne Aufnahme ist. Darüber muss ich mir während der Aufnahme keinen Gedanken machen, das alles kann ich im Nachhinein bestimmen, und wenn ich möchte, mache ich einfach beide Videos. Wenn man die Kamera bestellt, bekommt man auch zwei so Standard-Linsenschutz dazu. Diese sind relativ leicht angebracht, braucht man nur drehen, und die halten dann auch. Es gibt aber einen Nachteil, diese zerkratzen leider sehr leicht. Ich hoffe, ich kann das euch zeigen, ob man diese Kratzer sieht. Ein bisschen sieht man sie. Das ist natürlich nicht so gut, vor allem wenn man Aufnahmen mit Gegenlicht macht, dann macht das natürlich kein gutes Bild. Hierfür würde ich dann eher den Premium-Linsenschutz empfehlen, da dieser aus gehärtetem Glas besteht und nicht so anfällig ist. Eine günstige Alternative ist diese Linsenkappe, die man einfach raufgibt, wenn man keine Aufnahmen macht, und wenn man wieder irgendwas aufnehmen möchte, dann gibt man sie einfach wieder runter. Ansonst würde ich noch dazu einen Selfie-Stick empfehlen, um das ganze Potenzial der Kamera zu nutzen. Es muss jetzt nicht unbedingt gleich der 3 Meter lange sein, der Standard-Selfie-Stick reicht bereits für sehr viele Aufnahmemöglichkeiten. Wer mehr Infos dazu möchte, auf der Seite von Insta360 findet man eine Unmenge an Schutzzubehör, Mounts oder Sticks, damit wirklich Aufnahmen aus allen erdenklichen Lagen möglich sind. Ich durfte die X4 jetzt circa einen Monat lang testen und ich muss wirklich zugeben, dass ich angetan bin. Die Aufnahmemöglichkeiten, die man mit der Kamera bekommt, die sind halt schon wirklich cool, vor allem für mich als Content Creator. Ich glaube aber auch, dass jeder andere, der sich die Kamera holt, eine Freude damit haben wird. Weil man einfach Momente aus Blickwinkeln einfangen kann, die man mit einer normalen Kamera eben nicht einfangen kann. Ob man die 8K jetzt wirklich braucht, sei dahingestellt. Jeder, der mit nur 5,7K leben kann, der kann sich theoretisch auch die X3 holen, die aktuell 100 Euro günstiger ist und im Prinzip fast die gleichen Funktionen bietet. So, ich bin am Ende meines Videos angekommen. Für alle, die bis hierhin geschaut haben, herzlichen Dank. Wie immer würde mich eure Meinung interessieren. Habt ihr selbst eine 360 Grad Kamera oder habt ihr vor, euch vielleicht eine zu kaufen beziehungsweise vielleicht auch die X4 zu holen, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.